Hi Leute, herzlich willkommen beim Schachpanda. Schön, dass ihr da seid. Wenn ihr besser Schach spielen wollt, seid ihr hier auf meinem Kanal genau richtig. Und heute wollen wir uns mal die typischen und häufigsten Antworten von Schwarz auf den Anfangssug 1. D4 anschauen, damit ihr einfach mal einen Überblick bekommt, was ist denn alles möglich als Schwarzer gegen D4. Viel Spaß damit! Dieses Video ist vor allem an Anfänger und leichte Fortgeschrittene gerichtet, denn ich werde hier diese verschiedenen Eröffnungen einfach mal ganz grob vorstellen, damit ihr mal seht, aha, diese und diese Eröffnung gibt es, wie seht die ungefähr aus? Und damit ihr vielleicht ein Gefühl dafür bekommt, welche Eröffnung zu euch passen könnte. Auf 1. D4 von Weiß. Das heißt, das wird jetzt hier keine theoretische Übersicht über alle möglichen Züge und alle möglichen Varianten. Es soll einfach nur so einen kleinen Überblick geben. Und wenn euch eine Eröffnung gefällt, ich werde hier auch immer die Namen nennen, dann könnt ihr euch da ein bisschen weiter reinfuchsen, euch vielleicht andere Videos anschauen, ein Buch oder ähnliches. Ich verlinke unten auch eine Leachess-Studie, mit der ich hier arbeite. Das seht ihr hier auch im Video. Ihr seht das Brett. Links seht ihr die Kapitel der Leachess-Studie und rechts seht ihr hier das Eröffnungsbuch von Leachess. Das kann man auch ganz gut nutzen. Werde ich auch gleich ein bisschen zu eingehen. Und da könnt ihr unten in diese Studie reinklicken und euch die Eröffnung selber nochmal anschauen. Mich würde es freuen, wenn ihr in Kommentare da lasst, welche Eröffnung ihr auf 1. D4 spielt. Und zu welcher der Eröffnung, die ich hier zeige, ihr vielleicht nochmal extra ein Video sehen wollt, wo ich ein bisschen ausführlicher darauf eingehe. Aber jetzt legen wir mal los. Was gibt es denn grundsätzlich für Möglichkeiten auf 1. D4? Eigentlich kann man die ganzen Eröffnungen in zwei verschiedene Arten und Weisen dagegen zu spielen und erteilen. Was Weiß gerne machen möchte, auch bei 1. D4, ist das Zentrum komplett zu besetzen. Das heißt, wenn ich ihn jetzt lasse, würde Weiß im zweiten Zug gerne E4 spielen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier B6 spiele, wird Weiß typischerweise E4 spielen und hier das optimale Zentrum aufbauen. Und das ist ziemlich stark. Es hat hier ziemlich viele Felder im Griff. Ich habe das komplette Zentrum im Griff. Ich habe schon meine ganzen Diagonalen für die Läufer geöffnet. Habe mehr Raum. Und das ist das, was Weiß typischerweise möchte. Und meine Frage ist jetzt sozusagen als Schwarzer, lasse ich das zu oder lasse ich das nicht zu? Und ein bisschen einfacher ist es immer, erst mal das zu spielen, wenn man das nicht zulässt. Und deswegen sind die beiden häufigsten Antwortzüge D5 verhindert E4 oder Springer F6 verhindert E4 auch. Auf die beiden werde ich gleich nochmal separat eingehen. Ich zeige euch erstmal so ein paar seltenere Züge. Man kann hier zum Beispiel E6 spielen. E6 ist ein bisschen passiver. Das lässt jetzt E4 zu. Allerdings ist jetzt die Idee, dass man D5 spielt und jetzt eine französische Stellung hat. Französisch entsteht eigentlich nach E4, E6, D4, D5. Und wenn man das sowieso spielt gegen E4, kann man sich auch überlegen, das gegen D4 zu spielen. Weil es muss nicht E4 spielen, er kann auch C4 spielen und dann kommen wir typischerweise in Stellungen rein, die wir uns später anschauen. Eine andere Möglichkeit ist D6 zu spielen. Auch ein bisschen passiver. Und wenn man jetzt E4 spielt, Springer F6 zu spielen, das ist die sogenannte Perkverteidigung. Die kann man eben gegen fast jedes System spielen. Das funktioniert im Groben und Ganzen so. Und die Perkverteidigung gehört zu den modernen oder hypermodernen Eröffnungen. Und zwar diese modernen oder hypermodernen Eröffnungen, die konzentrieren sich jetzt nicht darauf, sofort dieses Bauernzentrum zu verhindern, sondern sie erlauben das. Und man versucht sich schnell zu entwickeln und dann gegenzuschlagen mit irgendeinem Schlag in der Mitte. Das ist aber ein bisschen schwieriger zu spielen, weil dieses Bauernzentrum auch mal gefährlich sein kann. Wäre jetzt nicht meine erste Empfehlung an euch. Deswegen E6, D6 würde ich nicht unbedingt tun. Wenn ihr das gerne machen wollt, ist das auf jeden Fall natürlich möglich. Letzten Endes ist fast jede Eröffnung bis zu einem sehr hohen Niveau spielbar. Wichtig ist vor allem, dass ihr die Ideen lernt der Eröffnung. Ja, was kann man noch machen? Und man kann auch eben B6 machen, irgendwie so ein System. Aber von diesen seltenen Eröffnungen möchte ich hier mal Abstand halten. Ich will euch nur sagen, die gibt es. Eine andere Eröffnung, die durchaus gut spielbar ist, auch auf unterem Niveau, ist holländisch. F5. Und das läuft typischerweise so ab. Also erstmal, F5 verhindert natürlich auch E4. Das habe ich bei den Zügen, die E4 verhindern, nicht erwähnt. Das F5 natürlich auch dazu gehört. Springer F6, Springer C3. Und hier gibt es jetzt so eine kleine Unterscheidung, ob ich das mit G6 spielen möchte oder nicht. Und was ich jetzt hier machen kann, ich kann das Stonewall-System spielen. Weiß hat jetzt hier verschiedene Möglichkeiten, sich aufzubauen. Ich mache jetzt mal exemplarisch einfach etwas. Und jetzt hat hier Schwarz den Stonewall erreicht. Stonewall, ihr seht, deswegen, weil es ein wirklich massiver Bauernwall ist. Wenn euch das mehr interessiert, hat zum Beispiel der gute Orca Chess eine Menge Videos darüber gemacht. Sehr gute Videos. Und die Eröffnung ist für Schwarz, ja, relativ vernünftig spielbar. Er hat ja, wie gesagt, ein sehr massives Bauernzentrum. Und man macht eigentlich immer das Gleiche. Man lässt dieses Bauernzentrum komplett so stehen. Man sollte die Bauern nie bewegen. Denn sobald man einen davon zieht, bricht dann schnell diese ganze Mauer ein. Und man spielt dann seinen Läufer nach da. Man rochiert. Also ich mache jetzt einfach mal ein paar Züge. Man stellt seinen Läufer nach da. Man rochiert. Und dann stellt man vielleicht den Springer nach da. Irgendwann hüpft man mit dem Springer hier rein. Weiß macht vielleicht auch irgendwas. Und dann, was man auch noch macht als nächstes, vielleicht lieber hier lang, man bringt die Dame mit in den Angriff. Man stellt seine Türme irgendwo hin. Und zur Seite kann man sich überlegen, ob man die vielleicht hier mit in den Angriff bringt, Richtung H2. Dann kann man den Springer vielleicht noch mit in den Angriff bringen. Irgendwann sogar mit G5, G4 hier kommen. Und das kann man sich erlauben, weil das Zentrum geschlossen ist. Irgendwann muss man sich auch mal um den Läufer kümmern. So was kann man da machen. Weil dieser Läufer sehr schlecht ist. Weil man hier viele Bauern auf Weiß hat. Und hier ist jetzt gar nicht die entscheidende Zugreihenfolge wichtig. Wichtig ist die tendenzielle Idee. Ihr hüpft irgendwann mit dem Springer da rein. Und konzentriert euch dann mit euren Figuren in diese Richtung und startet einen Königsangriff. Was natürlich immer eine sehr attraktive Idee ist. Eine Eröffnung, wo man Königsangriff spielt. Anstatt einer Eröffnung, wo man irgendwie am Damenflügel versucht, positionell was zu machen. Ist es für viele Spieler natürlich deutlich reizvoller, einen Königsangriff zu bekommen. Deswegen Stonewall, holländisch. Kann ich nur empfehlen. Das mal zu probieren, wenn euch das liegt. Ein bisschen. Das geht ja auch. Leningrader System, das ist deutlich komplizierter. Man stellt hier den Läufer nach G7. Hochiert. Ich mache jetzt einfach mal ein paar Züge. Und was man jetzt versucht als Schwarz ist noch E5 durchzudrücken. Deswegen fängt man jetzt hier an mit so Zügen wie Dame E8. Und versucht unbedingt E5 durchzudrücken. Aber ihr seht schon, das ist komplizierter. Hier spielt man typischerweise den. Und jetzt kriegt man hier ein schwaches Feld. Irgendwann will man trotzdem den spielen. Das ist wirklich schon eine Fortgeschrittene Eröffnung. Würde ich euch nicht empfehlen. Hier kann es schnell passieren, dass man als Schwarzer einfach kein Spiel bekommt. Im Stonewall ist das anders. Da werdet ihr fast immer euer Spiel bekommen. Was es so attraktiv macht. Und es gibt für Weiß wenig Möglichkeiten gegen diesen Stonewall. Das zu verhindern. So. Jetzt schauen wir uns aber. Erstmal die große Hauptantwort von Schwarz an. D5. D5 stellt einen Bauern entgegen. Im Zentrum. Und kontrolliert E4. Das weiß jetzt nicht, dass E4 spielen kann. Ist ein Entwicklungszug. Öffnet den Läufer. Und deswegen ist es ein absolut logischer Zug. Und super solide. Jetzt hat Weiß. Ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Ihr seht ja zum Beispiel auch diese Lead Chess Datenbank. Darauf gehe ich jetzt auch mal ein. Hier sind die meistgespielten Züge, die in den Lead Chess Spielen auftauchen. Und dazu ist auch immer die Gewinnwahrscheinlichkeit. Ihr seht dann zum Beispiel hier C4. 162.000 Mal gespielt. 33% Weißsiege. 48% Remis. 19% Schwarzsiege. Und da kann man schon so einen kleinen Eindruck gewinnen. Zum Beispiel E4. Es gibt es als Opfer. Aber schaut mal hier. Wenn ich jetzt mal einen zurück mache. Ist die Gewinnwahrscheinlichkeit dabei schwarz 42%. Also deutlich höher als bei den anderen Partien oder anderen Fortsetzungen. Und da kann man schon mal so einen kleinen Eindruck gewinnen. Wie gut eine Eröffnung oder ein Zug vielleicht ist. Insbesondere wenn ihr mal nicht weiter wisst. Könnt ihr das auch nutzen. Dieses Eröffnungsbuch. Um zu gucken wie vielleicht andere Leute da weiterspielen. Es geht gar nicht darum. Immer die genauen Theoriezüge zu sehen. Aber hier unten findet ihr zum Beispiel auch Partien. Hier von Aron, Jan, Karlsen. Die könnt ihr euch mal anklicken. Wie diese Leute diese Eröffnung spielen. Ja Weiß hat jetzt hier zwei Hauptsysteme. Die er eigentlich dagegen spielen kann. Er kann mit C4 versuchen in den Damen-Gambit zu kommen. Und direkt diesen Bauern D5 rausfordern. Oder er kann mit Läufer F4 das sehr ruhig spielen. Und das Londoner System spielen. Das werden wir uns beides anschauen. Es gibt natürlich wie gesagt auch viele andere Möglichkeiten sich aufzubauen. Aber vor den Sachen muss man keine Angst haben als Schwarzer. Und ich kann hier nicht auf jedes einzelne System eingehen. So die Hauptsachen zeige ich euch. C4. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten darauf zu reagieren. Es ist erstmal ein Gambit. Wenn ich den annehme, habe ich den erstmal mehr. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit. Das hier ist das angenommene Damen-Gambit. Da schauen wir mal rein. Ich nehme den weg. Und es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit zu spielen. Der Vorteil ist, es macht ein bisschen offenere Spiele als viele andere Stellungen mit D5. Die E4, D5 Stellungen haben oft den Charakter, ein bisschen geschlosseneren Charakter als E4, E5. Und das fällt vielen Anfängern oder schwächeren Spielern oft schwer, sich da zurechtzufinden. In den offenen Spielen, da geht es zur Sache. E4, E5, Italienisch, Königskambit irgendwas. Schottisch. Das ist aktiv. Da kann man sich aktiv hinstellen. Die Mitte ist offen. Hier ist der Charakter oft eher geschlossen. Und da muss man ein bisschen langfristigere Pläne finden. Eine Möglichkeit ist also einfach, diesen Bauern wegzunehmen. Und was man weiß, hat jetzt eine Menge Möglichkeiten. Ich habe dazu auch Videos gemacht. E3, E4, Springer, F3. Ich mache jetzt hier einfach mal eine Beispielvariante. Wichtig ist, dass man hier mit Schwarz irgendwann jetzt das Weiße einen Bauern zurückgeholt. Und hat hier ein sehr solides Zentrum. Und man darf sich jetzt hier nicht nur passiv hinstellen. Sonst steht man einfach nur hinten drin. Man muss jetzt irgendwann aktiv mit C5 dagegen spielen. Das ist ein ganz wichtiger Vorstoß. Gegen D4. Irgendwann spielt man fast immer als schwarzer D5, um irgendwie mal dieses Zentrum in Frage zu stellen. Dann greift man den Bauern hier weiter an. Und irgendwann nimmt man den vielleicht auch mal raus. Und kann zum Beispiel gegen diesen isolierten Bauern spielen. Dann entwickelt man sich weiter. Läufe nach E7, Korzorochade, A6, B5, Läufe nach B7. Und so kann man sich zum Beispiel hinstellen. Also das ist durchaus eine Möglichkeit, das angehen um eine Damen-Gambit. Der praktische Vorteil ist. Es nimmt schon mal nach C4 viele Varianten raus. Weiß hatten zwar danach, wie gesagt, ein paar Antwortzüge. Aber viele Varianten sind ähnlich. Und viele Weißspieler kennen sich damit wahrscheinlich nicht so gut aus, wie mit den anderen Stellungen. Weil das so selten gespielt wird. Deswegen ist es praktisch durchaus eine vernünftige Wahl. Man sollte allerdings eben ungefähr wissen als schwarzer, wie man das spielt, um dann nicht in einfach nur einer passiven Stellung zu enden. Also angenommen ist Damen-Gambit durchaus möglich. Die nächsten Möglichkeiten sind, den zu stützen, den D5. Und das geht mit C6 oder mit E6. E6 ist das abgelehnte Damen-Gambit. C6 ist slavisch. Wir schauen uns erstmal das abgelehnte Damen-Gambit an. Und damit kommen wir auch zu meiner nächsten Empfehlung. Das kann ich uneingeschränkt empfehlen auf allen Stufen. Weil das super solide ist. Man verteidigt diesen Bauern einfach. Und typischerweise geht es jetzt so weiter. Beide Seiten entwickeln sich erstmal. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, das Weiß hier tauscht. Das ist dann die Abtauschvariante. Die ist so ein bisschen leicht komplexer. Aber auch da droht keine Gefahr. Und das ist schon mal der Vorteil. Für Schwarz droht hier keine Gefahr. Läufer G5, Läufer E7. Man geht in diese Fesselung rein. Springer F3. Dann kann man zum Beispiel H6 spielen und rochieren. Und hier muss man sich dann irgendwann Gedanken machen über die weitere Entwicklung. Dieser Läufer ist ein Problem. Und eine Möglichkeit ist zum Beispiel, sich über B6 dann diesen Läufer hier hinten rauszuentwickeln. Eine andere Möglichkeit ist aber durchaus erstmal seinen Springer zu entwickeln. Wichtig, der sollte nach D7. Nicht nach C6. Denn hier deckt er den Springer. Unterstützt mal C5. Und steht dem Läufer hier später nicht im Weg. Weiß macht vielleicht so weiter. Und dann kann man hier zum Beispiel auch tauschen. Auch das ist eine Idee. Und dann zum Beispiel hier mal C5 gegenschlagen. Irgendwann mit B6, Läufer B7. Und ihr seht, das sieht wieder ähnlich aus wie diese Stellungen gerade vom angenommenen Darmgambit. Und es gibt hier aber natürlich auch viele Varianten im abgelehnten Darmgambit. Aber alle, bei allen bleibt es dabei, der Schwarze ist nicht groß in Gefahr. Und er hat eine relativ solide Entwicklung. Das ist das abgelehnte Darmgambit. Wie gesagt, kann ich auf jeden Fall uneingeschränkt empfehlen. Die Komplexität hält sich in Grenzen. Gerade auch, wenn weiß nicht wirklich weiß, was er macht. Dann kann man hier als Schwarze auch mal in Vorteil sogar kommen. Die andere Möglichkeit ist C6. Das ist Slavisch. Der Vorteil zu E6 ist, dass ich meinen Läufer freilasse. Der Nachteil ist, mit E6 entwickle ich mich weiter, weil ich meinen Läufer hier aktivieren schrubbe. C6 tut nichts für die Entwicklung. Ich möchte jetzt hier meinen Läufer aktivieren. Der Hauptzug ist jetzt hier Springer F3. Und ja, Slavisch ist schon leicht komplexer als das abgelehnte Darmgambit. Denn hier muss man nämlich schon ein bisschen wissen, was man tut. Weil wenn man jetzt sagt, aha, die Idee ist ja mal einen Läufer rauszustellen und danach E6 zu spielen. Das ist tatsächlich so. Man will erst seinen Läufer vor die Kette bringen und dann den Bauern ziehen. Das schafft man hier aber nicht so einfach. Denn weiß kann jetzt hier tauschen. Und ein großer Nachteil, das solltet ihr euch merken, auch als Weißspieler, falls ihr D4 spielt. Wenn Schwarz diesen Läufer früh rauszieht, man hat ja typischerweise auch C4 gezogen, dann gibt es oft den unangenehmen Zug Dame B3. Und das ist eine ganz häufige Idee in so D4-Stellungen, wenn dieser Läufer raus ist, dass man auf diesen B7 draufgeht. Und den kann Schwarz jetzt schon nicht so gut decken. Normalerweise deckt er den mit Dame C7 oder Dame B6. Das ist jetzt aber unangenehm, weil dieser Bauer hängt. Und deswegen, dieser Läufer ist hier zu früh rausgekommen. Das ist schon nicht gut für Schwarz. Deswegen spielt er hier erst Springer F6. Auch Weiß entwickelt sich weiter. Und auch jetzt ist es noch nicht gut, weil jetzt wieder Dame B3 kommt und man wieder hier diese Probleme bekommt. Und deswegen, ja, jetzt entscheidet sich dann Schwarz hier diesen Bauern zu nehmen. Und Weiß muss sich jetzt darum kümmern, diesen Bauern zurückzunehmen, zurückzugewinnen. Und er würde den gerne, wenn er den jetzt so direkt mit dem Läufer angreift, dann kann Schwarz sogar probieren, diesen Bauern zu halten. Und zu sagen, ich spiele danach noch A6 und baue hier so ein Bauernbollwerk auf und habe erstmal mehr Bauern. Deswegen geht zum Beispiel dann die Hauptvariante so weiter, dass Weiß erstmal A4 spielt, B5 verhindert. Jetzt nutzt Schwarz die Chance und entwickelt seinen Läufer, was er eh vorhatte. Weiß geht endlich auf diesen Bauern drauf. Schwarz entwickelt sich weiter. Beide Seiten haben sich jetzt entwickelt. Und ihr seht, ja, Schwarz hat das Problem mit seinem Läufer gelöst. Steht sehr solide, hat ein bisschen weniger Raum. Und das ist eine andere Möglichkeit. Aber hier im Slawisch gibt es auch viele andere Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit hier, das ist auch sehr modern geworden, hier E6 zu spielen. Was eigentlich total kontraintuitiv ist. Denn man wollte ja eigentlich den Läufer rausziehen. Und jetzt mauert man sich hier so ein. Und das ist halbslawisch. Die Idee ist, ähnlich wie wir noch sehen werden, so im Londoner System und sowas. Man hat hier ein super solides Bauernzentrum. Und hat dann irgendwann die Möglichkeit hier gegen zu schlagen und mit C5, E5, vielleicht sogar mit B5 zu spielen. Und das ist eine sehr komplexe Stellung. Kann man machen, wenn man sich damit ein bisschen auskennt. Würde ich euch allerdings nicht empfehlen. Denn hier besteht die Gefahr, dass man einfach sehr passiv als Schwarzer steht und eingeengt wird. Das sind ja so die Hauptmöglichkeiten, die man jetzt gegen C4 hat. Ich möchte euch immer noch eine kleine andere Möglichkeit zeigen. So eine sehr aktive Möglichkeit. Und zwar gibt es hier auch mit E5 das Albins Gegengambit. Ich spiele hier E5 und greife diesen Bauern D4 nochmal an. Und hier der beste weiße Zug ist jetzt hier rauszunehmen. Und jetzt kommt der Trick des Ganzen. Man nimmt jetzt hier nicht wieder, denn das wäre sinnlos. Jetzt kann ja weiß die Damen tauschen und mein König steht in der Mitte. Kann ich mir rauchieren. Das wäre nicht gut. Stattdessen spielt man jetzt hier D4. Und weiß spielt Springer F3. Greift den Bauern an und deckt den. Schwarz spielt Springer C6. Und die Idee ist jetzt, dass ich mit Springer E7 und Springer G6 mir diesen Bauern wiederhole. Und dieser Bauer D4 weiß so ein bisschen nervt. Weil er nicht Springer C3 spielen kann. E3 kann er nicht so gut spielen. Und deswegen geht es zum Beispiel häufig so weiter, dass weiß jetzt seinen Läufer lieber in diese Richtung entwickelt. Und jetzt holt man sich hier diesen Bauern zurück. Kann man durchaus machen. Ist ein bisschen offener. Der Charakter ist jetzt ein bisschen offener als die Stellung im Vorjahr. Sie ist aber allerdings auch sehr angenehm für weiß. Denn weiß ist schon besser entwickelt. Er ist schon fertig hochiert. Kann vielleicht mal auf diesen Bauern. Der könnte mal eine Schwäche werden. Er hätte ja einen sehr starken Läufer. Und es hat Gründe, warum sowas auf höchstem Niveau nicht gespielt wird. Aber auf niedrigem Niveau kann man das auf jeden Fall spielen. Und es ist wie gesagt deutlich aktiver. Das ist auf jeden Fall noch eine sehr aktive Möglichkeit. Noch eine Möglichkeit, die ich euch nochmal zeigen möchte, ist Springer C6. Die sogenannte Chigurin-Verteidigung. Wurde sogar auch mal lange Zeit zum Beispiel von Alexander Morosevic, einem ehemaligen Weltklasse-Spieler gespielt, der auch mal ein bisschen ausgefallene Öffnungen gespielt hat. Die Stellungen werden hier ganz anders und deutlich dynamischer. Vielleicht auch was für euch. Die Idee ist, wenn jetzt weiß hier nimmt, nehme ich mit der Dame wieder und ich mache direkt Druck gegen den D4 zweimal. Den muss weiß decken. Und jetzt spiele ich hier sehr energisch E5. Öffne hier meinen Läufer, greife diesen Bauern nochmal an. Und zum Beispiel hier nehmen ist jetzt nicht so gut. Ich kann jetzt als Schwarzer einfach hier tauschen. Spieleläufer G4. Ich habe zwar einen Bauern geopfert, aber der weiße König bleibt in der Mitte. Ich drohe schon diesen Bauern zurückzugewinnen, indem ich hier schlage. Ich roche hier danach lang. Mein Turm kommt in die D-Linie mit Schach. Ich kriege hier super viel Aktivität und werde diesen Bauern höchstwahrscheinlich auch noch zurückgewinnen. Und deswegen, typischerweise laufen die Stellungen dann immer so, ob das weiß Springer C3 spielt und die Dame angreift. Und ganz wichtig, jetzt kommt der ganz wichtige Zug. Meine Dame sollte auf keinen Fall weg. Dann kommt hier D5 und mein Springer wird vertrieben und dann fällt dieser Bauer. Das ist dann ganz katastrophal. Jetzt muss man eben diesen typischen Shigurin-Zug kennen. Ich muss hier Läufer B4 spielen und fessel den Springer. Weiß spielt Läufer B2 und N fesselt sich. Und jetzt muss ich in den sauren Apfel beißen und hier meinen Läufer geben. Und wenn jetzt hier zum Beispiel der Läufer widerschlägt, spiele ich E4. Das sind, ich möchte gar nicht so weit ins Detail gehen, aber ihr seht, dass diese Stellungen deutlich dynamischer werden. Und wenn man sich als schwarzer damit ein bisschen auskennt, ist das durchaus spielbar, Shigurin-Verteidigung. Das sind so die Möglichkeiten nach D4, D5. Es gibt noch das Londoner System von Weiß, sehr modern geworden wieder. Es gibt Leute, die bezeichnen das als Antischach, weil es einfach sehr, nicht sonderlich ambitioniert ist. Aber es ist auch extrem unangenehm für Schwarz, denn Weiß wird folgendes machen. Weiß spielt E3, Weiß spielt C3, baut hier auch so einen super Zentrumswall auf, hat aber den Vorteil, dass er schon seinen Läufer aktiviert hat, im Gegensatz zu dem schwarzen Läufer, den wir gerade gesehen haben. Spielt seinen Läufer nach D3, spielt seinen Springer nach D2, seinen Springer nach F3. Alle Figuren von ihm finden gute Felder und er steht einfach super solide und Schwarz hat überhaupt gar keine Angriffsziele. Und ich sehe es immer wieder, gerade auf unterem Niveau, dass da Schwarzspieler ganz schnell eingehen, weil sie das nicht gewohnt sind. Das ist einfach auch vom Mindset sehr schwierig, wenn man keinen Angriffsziele hat. Viele Spieler sind gewohnt anzugreifen, gerade im unteren Bereich. Und da muss man sich erstmal daran gewöhnen, dass man das hier nicht unbedingt kann. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten dagegen zu spielen. Was sehr aktiv ist und was das Ganze ein bisschen, was Weiß vielleicht ein bisschen aus der Reserve lockt, ist, wenn man hier ganz früh C5 spielt. Wenn Weiß den nimmt, ist jetzt die Idee, dass man Springer C6 spielt und dann E5 spielt und sich dann diesen Bauern zurückholt. Das ist auch so ein temporäres Bauernopfer, den wird man fast immer zurückgewinnen und dann sogar besser stehen. Deswegen spielt Weiß hier weiter E3 und jetzt spielt man erstmal Springer C6, entwickelt sich, Weiß spielt C3 und macht hier seinen Bauernriegel. Und jetzt kann man zum Beispiel schon anfangen, sehr aktiv so einen Ausflug zu machen auf diesen B2. Man macht das Gleiche, wie wir vorhin gesehen haben. Als Schwarz seinen Läufer weggezogen hat, kam Dame B3 von Weiß und jetzt hat Weiß seinen Läufer rausgezogen und es kommt Dame B6 von Schwarz, um auf diesen B2 rauszugehen. Und hier muss der 2 schon sich genau auskennen. Wenn er zum Beispiel den spielt, das ist nicht sonderlich gut. Jetzt ist meine Dame, wird er ständig unangenehm stehen und hier kriege ich jetzt ganz gut Druck hin. Baue ich mich ganz normal weiter auf, stelle irgendwann, entwickle auch nochmal einen Läufer, vielleicht sogar über den Weg, um unbedingt auf diese Diagonale zu kommen. Stelle später ein Tor in die C-Linie und kann hier meine Figuren sehr aktiv hinstellen. Deswegen ist der Hauptzug von Weiß hier Dame B3 mit der Idee, dass wenn man hier die Damen tauscht, das hilft eher Weiß. Dieser Doppelbauer ist ein guter Doppelbauer. Also es gibt gute und schlechte Doppelbauer. Es ist immer nicht ganz klar, es gibt keine ganz klaren Regeln zu sagen, was jetzt gut ist oder was schlecht. Aber hier ist es ganz klar gut, denn Weiß öffnet sich die A-Linie und wird irgendwann unangenehmen Druck gegen diesen A7 machen. Und dieser Bauer hier in der Mitte, der hilft hier einfach noch. Der hilft ein bisschen Zentrumskontrolle zu bekommen und geht mehr ins Zentrum. Es gibt so eine Grundregel, immer zum Zentrum hinschlagen, weil im Zentrum spielt sich oft die Musik ab und da sind die Bauern wertvoller. Deswegen spielt jetzt Schwarz hier C4 und hofft, dass Weiß genau das Gleiche macht. Und wenn er das tut, diese Stellung ist schon sehr angenehm für Schwarz oft. Hier kann jetzt Schwarzer nach E6 spielen und hat hier eine schöne Bauernkette und spielt dann irgendwann B5, B4 und hebelt da. Tauscht den einmal raus, Weiß kann den wieder nehmen und jetzt kommt der zweite Bauer und hebelt da an. Wir laufen einfach zweimal bis nach B4, hebeln da auf und irgendwann muss dieser Bauer auf C3 weg und das ist dann schon ein Freibauer. Und hier hilft uns dieser Doppelbauer sogar, indem wir ihn doppelt ins Rennen schicken können. Deswegen spielt jetzt hier Weiß Dame C2 und jetzt kann man sich aber hier auch eben normal weiterentwickeln. Es gibt hier sogar einen sehr interessanten Zug. Will ich euch einfach mal zeigen. Läufer F5, cooler Zug. Wenn Weiß hier nimmt, nehmen wir da. Weiß nimmt hier und wir nehmen jetzt den Turm weg. Ist es tatsächlich immer noch nicht ganz klar, weil jetzt sowas wie Dame B5 möglich ist, deckt den Springer. Schauen wir mal rein, was die Engine sagt. Hier sagt die zum Beispiel sogar schon Weiß einen Vorteil, weil wenn das Weiß hier sehr genau spielt, aber es sind halt die einzigen Züge und ansonsten kann man sich eben auch hier normal weiterentwickeln und hat jetzt so ein bisschen Druck mit seiner Dame hier. Der Läufer kann sich nicht so gut entwickeln und das ist durchaus ein sehr aktives System gegen das Londoner System. Die andere Möglichkeit ist sozusagen, das Ganze zu erwidern, indem man einfach auch seinen Läufer hier hinstellt. Einfach im Prinzip so ähnlich spielt wie Weiß. Ja, das ist zwar das Londoner System. Das müsst ihr im Prinzip euch auch anschauen, wenn ihr D5 spielt. Aber D5 hat von mir auch eine absolute Empfehlung. Wir machen weiter. Der nächste Zug, der E4 verhindert, ist eben Springer F6. Und jetzt hat Weiß hier eigentlich, wenn wir mal reingucken, es gibt jetzt eigentlich nur einen Zug, der wirklich für Unabhängigkeit sorgt. Sowas wie Springer F3, was man ja auch spielen kann, führt dann oft zu Übergängen in Systemen, die wir eh gleich sehen. Springer F3 ist jetzt kein individuelles System. Irgendwann muss Weiß entweder C4 spielen oder nicht und danach entscheidet sich das dann. Und ja, der prinzipielle Zug ist hier immer C4 und die weiße Idee ist danach, Springer C3 zu spielen und dann endlich E4 zu spielen und dieses Zentrum zu besetzen. Und hier gibt es jetzt eine Abzweigung für Schwarz, wie ihr spielen möchtet. Es gibt jetzt hier eigentlich die Hauptzüge E6, G6 und ja, deutlich weniger gespielt, aber auch eine Möglichkeit C5. Ich werde jetzt mit euch auf diese Züge eingehen und als erstes möchte ich euch G6 zeigen, denn das ist die Eröffnung, die sich ganz klar von den anderen trennt. Hiermit zeigt eigentlich Schwarz eindeutig an, er möchte Königsindisch spielen. Springer C3. Es gibt noch die Möglichkeit, auch Grünfeldindisch zu spielen, D5, aber Grünfeldindisch ist eine der komplexesten Eröffnungen überhaupt. Man spielte komplett gegen das Weiße Zentrum, komplett ohne Bauern dann irgendwann und die Theorievarianten gehen ja teilweise bis in den 30. Zug rein. Kann ich euch nicht unbedingt empfehlen. Königsindisch geht jetzt mit Läufer G7 und jetzt schaut mal, jetzt haben wir Weiße ja E4 gelassen. Wie ich vorhin gesagt habe, in vielen dieser Eröffnungen will man eigentlich E4 verhindern. Hier lässt man zu und das ist eben auch ein Konzept dieser hypermodernen Eröffnung. Man lässt Weiße dieses Zentrum. Früher hat man gesagt, oh Gott, wenn Weiße dieses Zentrum hat, dann steht er auf jeden Fall vorteilhaft. Irgendwann hat man dann eben doch Ansätze gefunden, nach dem Motto, lass ihm doch dieses Zentrum, ich entwickle mich und dann greife ich es an. Jetzt ganz wichtig, D6, ich muss ja E5 verhindern und jetzt gibt es hier, hier gibt es jetzt schon ganz verschiedene Systeme. F3, Läufer E2, Springer E2, Springer F3 und, und, und. Ich zeige euch nochmal so ein System, Springer F3, man rochiert hier, Läufer E2 und irgendwann muss jetzt Schwarz mit Gegenschlagen, mit C5 oder E5. Hier spielt der E5, Rochade, Springer C6, man greift weiter dieses Zentrum an. Es gibt ja wie gesagt alle möglichen Züge, auch Abtausch und so, aber das ist hier so die alte klassische Hauptvariante im Königsinder. Und, ja, weiß greift jetzt, ich habe mal über, ich habe über geschlossene Stellung ein Video gemacht, die weiße Bauernkette zeigt tendenziell in diese Richtung, weiß möchte hier angreifen, die schwarze Bauernkette zeigt in diese Richtung und da findet man immer den Hebel. Also, wir haben jetzt eine geschlossene Stellung, warum geschlossen? Das Zentrum ist hier zu. Hier gibt es keine offenen Linien, keine offenen Diagonalen und die geschlossenen Stellung sollte man nach Bauernhebeln suchen. Denn ein Bauernhebel, damit hebelt man im Prinzip einen gegnerischen Bauern an und hat die Chance, Linien und Diagonalen zu öffnen, denn irgendwann muss man was aufmachen. Und der weiße Bauernhebel ist hier und der schwarze Bauernhebel, der geht in diese Richtung, der ist hier bei F5. Und deswegen zum Beispiel so eine mögliche Variante ist, weiß spielt hier sehr früh C5 und schwarz spielt jetzt hier F5 und wir sehen, beide spielen hier an ihren Seiten. Und weiß wird weiter hier irgendwann mit Läufer entwickeln, Turm hier hin, da tauschen, Springer C5, er wird so auch in der C-Linie spielen und schwarz wird typischerweise oft hier zumachen und dann hier so einen Bauernsturm starten, die Figuren hier alle mit rüberbringen und dann ist es so ein Rennen auf beiden Seiten. Das ist aber wie gesagt nur eine der möglichen Varianten. Königsindisch, meine Empfehlung hätte es jetzt nicht, wenn ihr mich fragen würdet, solltet ihr das lernen, würde ich jetzt mal sagen, nein, würde ich nicht empfehlen, denn es ist sehr komplex, wie gesagt, weiß hat sehr viele verschiedene Systeme und je nach System müsst ihr anders spielen. Und das macht eine Öffnung komplex, ihr werdet da sehr viel Zeit reinstecken müssen. Im Gegensatz, wie gesagt, zum Beispiel im abgelehnten Damen-Gambit, da spielt ihr in diesen, weiß hat auch unterschiedliche Möglichkeiten zu spielen, aber die Art und Weise, wie er spielt, ähnelt sich sehr. Hier ist es nicht so. Hier im Königsinder kann, je nach System, kann auf einmal der Plan statt sein, hier mit F5 zu spielen, ist halt ein Plan, wenn Weiß hier lang zu hochiert, vielleicht irgendwie mit A6, B5 zu hebeln oder erst mal C5 und dann hier auch B5 zu spielen oder mit E5, C6 oder, oder, oder. Also es gibt ganz verschiedene Systeme und Pläne, je nachdem, was Weiß spielt und das macht es komplex. Aber, ja, es ist eine gute, an sich ist es natürlich eine gute Öffnung, die Chancen bietet für beide Seiten, auch sehr taktisch und deswegen, wenn ihr natürlich Lust habt, das zu lernen und sagt, das schreckt mich hier nicht ab, dann macht das, aber macht euch darauf gefasst, dass es eben, ja, durchaus ein bisschen Arbeit ist. Das ist der Königsinder mit G6. Wir haben ja auch noch die Möglichkeit, E6 zu spielen und E6 ist jetzt so ein bisschen tricky, diese Move Order, äh, Entschuldigung, äh, für den englischen Begriff, die Zugreihenfolge. Weiß, ja, hat jetzt hier zwei typische Möglichkeiten, einen dieser Springer zu entwickeln und auf Springer C3 gibt es jetzt, das ist sowieso, bei diesen ganzen Systemen von Schwarz hier, gibt es oft Zugumstellungen. Eine Möglichkeit ist sozusagen, ich spiele D5 und bin jetzt in einem, äh, wie ihr seht, abgelehnten Damengambit. Das ist genau die gleiche Stellung, nur eine andere Zugreihenfolge. Warum macht man sowas? Auf höherem Niveau ist es dann irgendwann so, dass man manchmal gewisse Zugreihenfolgen wählt, um gewisse andere Systeme von Weiß zu verhindern. Vielleicht gibt es irgendein System, was man irgendwie, wie zum Beispiel das Londoner System, was einem nicht so gefällt und deswegen spielt man gegen das Londoner System vielleicht gerne Springer F6. Um das zu verhindern. Es verhindert das nicht. Allerdings, ähm, ich zeige euch nochmal das Londoner System. Wenn ich hier jetzt Springer F6 spiele und er spielt jetzt Springer Läufer F4, könnte ich mir nämlich überlegen, statt D5, D6 zu spielen, das ist oft ein bisschen das bessere System gegen das Londoner System, weil der Läufer hier auf Granit beißt. Und so habe ich vielleicht eine Chance, ähm, wenn mir das so gefällt, den unangenehmen Zugreihenfolgen zu vermeiden oder die gefühlt positive Zugreihenfolgen für mich hinzubekommen. Deswegen gibt es eben manchmal diese Ideen mit unterschiedlichen Zugreihenfolgen. D5 ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Es gibt jetzt hier aber noch eine andere Eröffnung und das ist hier der meistgespielte Zug und zwar Läufer B4 und das ist nämlich der sogenannte Nimmzuinder. Warum? Warum macht dieser Zug Sinn? Ihr werdet es bei den nächsten, ähm, Eröffnungen hier sehen. Es geht fast immer um das Gleiche und zwar geht es darum, Weißes E4 zu verhindern. Vorhin haben wir das mit D5 gemacht, mit den Bauern, aber man kann es auch indirekt machen, mit Figuren. Und Läufer B4 fesselt diesen Springer und damit ist auch E4 verhindert, denn wenn Weiß jetzt E4 spielt, können wir den einfach nehmen, weil der gefesselt ist. Nimmzuindisch ist, ja, eine sehr gute Eröffnung für Schwarz. Sie ist allerdings auch sehr komplex, denn es gibt sehr viele unterschiedliche Systeme und unterschiedliche Ideen für beide Seiten. Eine Idee ist es zum Beispiel, also außer diesem Kampf um E4, ist es zum Beispiel auch später hier mal zu tauschen und in meinem Video über Doppelbauern, äh, habe ich tatsächlich auch einige Nimmzuindisch Beispiele gewählt, wo man am Ende als Schwarzer sehr erfolgreich gegen diese Doppelbauern spielen kann. Das ist eine Idee. Eine Idee ist ja zum Beispiel von Weiß, E3 zu spielen. Jetzt ist zum Beispiel, äh, dieser Läufer hier eingemauert und Schwarz kann, sagt sich jetzt hier oft, ähm, erstmal Rochade, Läufer D3, mein Gott, das sieht doch fast aus wie das Damen-Gambit, nur dass Schweiß sich hier diesen Läufer eingemauert hat. Ich spiele jetzt D5 und spiele das ähnlich wie das Damen-Gambit und öffne hier ein bisschen. Oft kommt dann noch C5 und wie gesagt, das wird hier sehr, äh, es sind sehr komplexe Varianten, beziehungsweise sehr viele komplexe Möglichkeiten. Beide Seiten haben hier sehr viele Möglichkeiten. Also Springer F3, der Hauptzug ist dann hier C5, Rochade, Springer C6. So, und jetzt tauscht man diesen Läufer hier und jetzt hat hier Weiß eben diesen Doppelbauern, den kann er aber typischerweise eben so auflösen. Und ja, jetzt hat Weiß das Läuferpaar, hat aber allerdings diesen Läufer hier so ein bisschen eingemauert. Schwarz hat relativ freies Spiel und kann man durchaus mal, also Lim zu Indisch, ähm, würde ich auf keinen Fall ablehnen, auch als, äh, auch als, ähm, jetzt Anfänger, ganz Anfänger vielleicht nicht, aber auch als leicht Fortgeschrittener, kann man sich das durchaus anschauen, weil ich denke, gerade auf dem, ähm, in diesem Niveau wird das Weiß auch oft nicht sonderlich gut spielen oder auch nicht immer diese Theorie-Varianten spielen, so dass man hier durchaus, ähm, ihr seht ja, aktivere Spiel bekommt. Also, ja, man macht diese Fesslung von dem, äh, Springer und wenn Weiß das auch zulässt, was man auch gerne macht, ist dann sowas wie, B6, Läufer B7 und ich hopse dann da nach E4 rein und dann vielleicht noch F5. Ich kümmere mich voll um dieses Feld E4. Das ist der Nimm zu Inder, eine Möglichkeit. Weil dieser Nimm zu Inder, ähm, ähm, ja, für Schwarz oft auch so, erfolgreich ist, ist, ähm, ist auch oft Mode, Springer C3 gar nicht zuzulassen, sondern hier, äh, Springer F3 zu spielen, um das zu verhindern. Es verhindert das nicht, es geht tatsächlich trotzdem der, das ist das sogenannte Bogo-Indisch, äh, jetzt muss Weiß eben nicht den spielen, sondern kann zum Beispiel den spielen. Und jetzt spielt man hier Dame E7 und auch das geht. Es ist, äh, werden ein bisschen eigenständige Stellungen, Bogo-Indisch, aber, ähm, ja, jetzt noch typischer, im Kampf um E4, kann man natürlich wieder D5 spielen und wieder einen Übergang zum Damen-Gambit anstreben. Aber, man kann auch sagen, okay, ich will unbedingt E4 unter Kontrolle kriegen, ich spiele B6. Jetzt kommt G3, der Hauptzug ist Läufer A6, aber jetzt ziehen wir mal Läufer B7 und wir sehen, wir haben jetzt hier Kontrolle über diesen Punkt und das ist durchaus eine Möglichkeit, das ist das sogenannte Damen-Indisch. Ihr seht diese ganzen indischen Systeme, Königs-Indisch, Damen-Indisch, Nimm-Zu-Indisch, Bogo-Indisch, ähm, ja, sehr spannend. Äh, Damen-Indisch deswegen, weil ich hier sozusagen meinen Läufer hier, ähm, über B6 entwickle, Königs-Indisch, weil ich meinen Läufer hier rüber entwickle und so weiter. Es gibt noch andere aktive Möglichkeiten, ich kann hier zum Beispiel in, ähm, gehen wir mal zurück, in dieser Stellung, ähm, Moment, kann hier in dieser Stellung nach Springer F6, C4 eben auch C5 spielen und der typische Zug von Weiß ist jetzt hier D5 und hier gibt es jetzt interessante Systeme von Weiß, äh, von Schwarz, zum Beispiel mit B5 das Volga Gambit. Man opfert einen Bauern, man spielt den hier gleich hinterher und die Idee des Ganzen ist es, dass ich jetzt die A- und B-Linie geöffnet habe und hier gegen diese Bauern spielen kann, dass ich hier schon einen sehr aktiven Läufer habe der Läufer geht über diese andere Diagonale und macht mit beim Druck gegen B2. Irgendwann kommt meine Damen, meine Dame kommt irgendwann hier hin, mein Turm kommt noch da hin, alle Figuren machen hier Druck gegen diese Bauern und das ist durchaus ein, ähm, gutes Gambit, gut spielbar, insbesondere ist der Druck langfristig. Es gibt andere Gambits, wenn man da, äh, nicht am Anfang was rausholt, hat man einfach nur einen Bauern weniger. Im Volga Gambit ist dieser Druck oft langfristig gegen diese Bauern. Eine Möglichkeit, aber relativ komplex. Äh, im gleichen Geiste kann man in dieser Stellung, ähnlichen Geiste kann man auch in dieser Stellung E6 spielen, das ist sogenannte Benoni, auch sehr komplex. Schwarz spielt jetzt hier G6, Läufer, ich mach mal ein bisschen weiter, Läufer G7, rochiert, er geht jetzt auf diesen Bauern drauf, will vielleicht auch mal B5 spielen, weiß, verhindert das und jetzt hopfst, spielt man das irgendwie ungefähr so weiter. Benoni, sehr komplex, ähm, würde ich euch nicht unbedingt raten. Eine letzte Möglichkeit will ich euch noch zeigen und zwar D4, Springer F6, C4, wieder was Aktives, wieder ein Gambit für Leute, die hier ein bisschen was Aktiveres wollen und zwar das Budapester Gambit mit E5. Sieht sehr verrückt auf der Zug. Äh, ja, was soll weiß machen, er nimmt den weg, es kommt Springer G4, der greift diesen Bauern an. Der, ja, hier kann man Läufer F hier spielen oder auch sehr natürlich Springer F3, deckt den Bauern. Jetzt entwickelt sich Schwarz hier sehr dynamisch weiter mit Läufer C5, greift den Bauern an, deswegen E3 und jetzt Springer C6 und schaut mal diesen Bauern, den kriegt man jetzt gleich zurück. Läufer E2, man rochiert erstmal, man kann den gleich wieder nehmen, rochade und, äh, ja, jetzt kann man den zum Beispiel sich wieder schnappen. Und ihr seht, man hat den Bauern zurück, man ist so gut wie fertig entwickelt und, äh, hat hier freieres Spiel. Die Figuren sind ein bisschen aktiver, vielleicht hat man hier auch mal Möglichkeiten, später, wenn die Dame hier rüberkommt, vielleicht hat man Möglichkeiten, hier ein bisschen, einen kleinen Angriff zu starten, tendenziell zeigen, die Figuren alle hier rüber. und für die Leute, die ein bisschen, ähm, unternehmenslustiger unterwegs sind von euch und auch ein Gambit nicht scheuen, denen sei durchaus dieses Budapester-Gambit mal ans Herz gelegt, dass ihr euch das anschaut, denn man gewinnt diesen Bauern, ähm, so gut wie immer zurück, deswegen ist es auch gar kein echtes Gambit, in vielerlei Hinsicht. Das soll mal ein Überblick gewesen sein über alle Systeme nach erstens D4, nicht alle, aber zumindest die Hauptsysteme von Schwarz. Meine Empfehlung, der Einfachheit halber, ist das abgelehnte Damen-Gambit, weil, äh, man da auch als Anfänger oder auch, wie gesagt, leicht Fortgeschrittener, man hat kein Risiko, auch wenn man die Variante nicht genau kennt, wenn man zumindest die Öffnung kennt und weiß, wie man sich hinstellt als Schwarzer, dann wird man hier nicht eingehen und man lernt in dieser Eröffnung sehr schön strategisches Denken, ohne dass es zu komplex ist. Es sind, sag ich mal, leichtere strategische Kämpfe um die C-Linie, um gewisse Felder und so, vielleicht um dieses Feld E4 und, und, und. Das ist, ähm, dementsprechend, ja, eine sehr solide Wahl von Schwarz, ohne dass man so viel Theorie kennen muss. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, welche Eröffnung ihr gegen D4 spielt, welche ihr empfehlen könnt und wozu ihr gerne ein Video sehen wollt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen freuen und dann freue ich mich, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Macht's gut, euer Schachpanda. Ciao. Ich hoffe, euch hat dieses Video gut gefallen und ihr habt einiges gelernt, denn das ist bei mir immer das Ziel, dass ihr was lernt. Hier sind noch weitere Videos verlinkt. Schaut auch gerne da mal rein und schaut auch gerne mal unten auf meine Mitgliedschaft auf dem Knopf Mitglied werden. Dort könnt ihr mich unterstützen und erhaltet einige Vorteile. Ich freue mich, euch beim nächsten Video wiederzusehen.